es ist ein schönes Auto auf die Straße achten okay vielleicht nächstes mal und für alle die es wissen wollen ich nehme mit Open Broadcast auf also das ist mit Abstand die beste Aufnahme das beste Aufnahmekrogramm was es gibt ich kann verstehen wenn man immer noch auf Wraps setzt aber auf Wraps ist also das ist für die neue Zeit nicht mehr gebrauchbar mit deren Codec das verbraucht ja so viel Speicherplatz